Ich war der Beste an meinem Job. Ein Hacker. Ein Dieb. Ich ging rein und wieder raus. Niemand wurde verletzt. Bis ich etwas sah, was ich nicht hätte sehen sollen. Danach jagten sie mich. Doch jemand anderes wurde getötet. Jetzt werde ich mich rächen. Jemand wollte mich ermorden lassen. Aber was in diesen Dateien steht, wird mich zu Ihnen führen. Du willst dich rächen? Dieses Handy kann die Stadt in eine Waffe verwandeln. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Irette. Mein Imperium ist es nicht. Vergessen Sie niemals, wem diese Stadt gehört. Trillionen Bytes, Informationen an der Fingerspitze. Sagt ihr mir, was passiert ist? Industrie-Spionage. Korrupte Bullen. Große Explosionen, Hanni. Ich hab da Sachen gehört, sowas hast du noch nicht gesehen. Okay, wir haben hier einen Haufen Leichen, klar? Da sind 40.000 Leute über uns. Wir brauchen eine Ablenkung. Ich brauch einen Namen von diesem Server. Wir sitzen wieder hinterm Steuer. Du lässt die Scheiße auf mich regnen? Motherfucker, ich kenn dich nicht mal. Du hast etwas sehr viel Wertvolleres von mir. Wo sind sie? Bitte. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht vergessen. Aber diese Seite kindern gemacht. Bis dann. Was ist das? Weil wir hier stehen.